Bei der Haltbarkeit eines Lippenstifts kommt es nur selten auf das Produkt selbst an, sondern vielmehr, wie man ihn aufträgt. Mit diesen einfachen Tricks hält Ihr Lippenstift den ganzen Tag. Beginnen Sie, wenn Ihre Lippen sauber und glatt sind. Pflegen Sie sie zunächst mit einem handelsüblichen Balsam, so fängt der Lippenstift später nicht das Bröckeln an. Danach pudern Sie Ihre Lippen mit einem Pinsel und neutralem Puder ab, das verbessert später die Haltbarkeit. Damit Ihr Lippenstift nicht ausläuft und sich in Ihrem Gesicht verteilt, umranden Sie Ihre Lippen mit einem gleichfarbigen Konturenstift. Nun können Sie die erste Farbschicht im Inneren der Linie auftragen. Nehmen Sie danach ein Kosmetik- oder Taschentuch zwischen die Lippen und pressen Sie diese so oft darüber zusammen, bis kaum noch Rückstände zu sehen sind. Wiederholen Sie diese Vorgehensweise um zwei bis drei Schichten. Und nun zum Schluss der ultimative Geheimtipp. Legen Sie ein weiteres, möglichst dünnes Kosmetiktuch über Ihre Lippen und pinseln Sie mit Puder darüber. Das verleiht dem Lippenstift extra Halt, ohne den natürlichen Glanz oder die Farbe zu beeinträchtigen.